Ja moin liebe Brusten oder eher guten Abend, ja ich hatte heute ein bisschen länger zu tun, deswegen kommt die Folge heute etwas später raus. Das letzte Mal in meinem alten Kinderzimmer, morgen wieder im gewohnten Setup in Berlin, da freue ich mich drauf und kein Spieltag, ohne Spieltagsvorbereitung von Buschi, aber an der Stelle erstmal herzlichen Dank an alle, die bestellt haben, ich bin noch dabei die Dankeskarten zu schreiben, morgen wird verpackt und am Mittwoch gehen die Pakete raus mit der 1900% Tradition, Kollektion. Wer noch dabei sein will, ja am Mittwoch in der Charge, der muss zeitnah bestellen, da geht das bis Mittwoch noch raus, ansonsten am Wochenende, vielen vielen Dank. XL und XXL als T-Shirt ist leider schon nicht mehr da, ist ausverkauft, aber der Rest ist alles noch verfügbar, auch als Hoodie, Hoodie haben wir noch alle Größen, Link ist unten drin, wenn ihr noch was braucht und jetzt starten wir rein, kommen wir erstmal nochmal zum Frankfurt Spiel, ich lese mir alle Kommentare durch, ich komme aktuell leider nicht dazu, alle zu beantworten, aber das wird wieder kommen, ich werde das auch noch nachholen, er hat mein Wort. Ich lese das auch in den Kommentaren, das ist teilweise auch relativ negativ, ich muss aber sagen, die ersten 20-25 Minuten waren top, da hat man das Potenzial der Mannschaft gesehen, ja aus verschiedenen Gründen ist es dann abgerissen, Videoassistent hat viel der Spiele unterbrochen, Stuttgart kam besser rein, macht auch dann das 2-1 und in der zweiten Halbzeit war es halt wirklich ein Kampf, war auch kein schönes Fußballspiel, fand ich, haben dann Glück, dass Sippel den Ball überragend hält und ja, wir dann die drei Punkte mitnehmen, Herrmann den Sack zu macht, man muss die Spiele einfach auch mal gewinnen, die Jungs hatten drei Niederlagen im Rücken und die drei Punkte waren unheimlich wichtig, gerade mit Blick auf die Tabelle und jetzt geht es gegen Bochum und das wird auch nicht leicht, Bochum hat zwar 3-0 gegen Dortmund verloren jetzt, aber die haben schon bewiesen zu Hause, dass sie auch große, ich sag mal große Gegner in Anführungszeichen schlagen können, Union Berlin, 2-1 glaube ich haben sie gewonnen, auch waren 2-0 vorne, ich habe das Spiel wirklich komplett gesehen, die haben schon Qualität und die haben Speed, die haben einige Spieler mit Tempo und auch glaube ich Frankfurt 3-0 zu Hause geschlagen, ja und sind 17. aber so wie wir auswärts manchmal auftreten, wird das kein Spaziergang, auch wenn sie 17. sind, aber ich traue uns jetzt endlich den ersten Auswärtsspiel zu, im letzten Auswärtsspiel diesen Jahres, ja und ich würde sagen, gehen wir rein, kommen wir aber erstmal zur Personallage, Elwedi wird zurück sein, das hat Farke so gut wie bestätigt, also ist noch ein ganz ganz kleines Fragezeichen, aber er ist wieder fit, Janschke ist fraglich, nach seinem Schlag auf den Oberschenkel gegen Stuttgart, da weiß man es noch nicht, da wird es wahrscheinlich sich heute entscheiden, ob er mitkommt oder nicht, ob der Fußballgott in Bochum ausschlägt, zu Leine habe ich tatsächlich nichts gefunden, auf der PK wurde nicht gesagt, ob er wieder zurück im Kader ist oder nicht, ja und habe keine News, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr wisst, ob Leine im Kader ist, Sommer fällt aus, Wolf, Itakura, Neuhaus ist klar, Sommer haben wir noch eine kleine Hoffnung, dass er gegen Dortmund am letzten Spieltag wieder, also letzten Spieltag diesen Jahres, wieder dabei ist und dann steht die unsägliche WM an und Buschi macht dann Fair News, da freue ich mich schon richtig drauf und ja, gehen wir jetzt rein, kommen wir erstmal zu unserem Gegner, der VfL Bochum, der wird wahrscheinlich so spielen, obwohl ich, ja, ich glaube nicht, dass es ganz die Aufstellung wird, ich glaube, die haben noch einen sehr, sehr schnellen Mann auf der Bank, ich weiß gerade, finde ihn gerade doch Anti-AJ, ich glaube eher, dass Anti-AJ spielen wird, aber mal gucken, Holpmann, wir wissen alle, der ist extrem schnell, Zoller findet immer besser, Rein in die Saison, Hofmann hat auch fast sein Tor gemacht, gegen Dortmund war dann abseits, ja, haben eigentlich eine solide Mannschaft, also ich finde, hinten haben sie ihre Schwächen, definitiv, da geht was für uns, wenn die Jungs gut aufgelegt sind, Plea, Thüram, Hofmann, dann sollten wir zu unseren Chancen kommen und wichtig ist, dass wir sie dann auch nutzen natürlich, ja, und dann kommen wir auch jetzt direkt mal zur Ausstellung, ich habe meine Ausstellung diesmal komplett fertig gemacht, weil ich glaube, es werden keine großen Änderungen kommen, die einzige Änderung wird wahrscheinlich sein, wenn das LW-D wieder für Janschke in die erste Elf rückt, weil, ja, Janschke auch noch fraglich ist, Friedrich sehen sehr, sehr viele sehr kritisch, es wurde auch schon in den Kommentaren gefordert, oder beziehungsweise mal angemerkt, dass man ihn vielleicht loswerden sollte im Sommer, und Jordan-Louis Bayer, ja, für Friedrich aufbauen sollte, wie seht ihr, Friedrich, ich bin eigentlich ein Fan von Friedrich, weil so einen Spieler haben wir nicht in der Art, der ist extrem kopfballstark bei Ecken, klar, er hat seine Defizite, gerade was Tempo und, ja, Sprintgeschwindigkeit angeht, also im Antritt, aber ich sehe ihn noch nicht so kritisch, schreibt gerne mal eure Meinung zu Friedrich in die Kommentare, Weigerger und Kone haben ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Stuttgart gemacht, allgemein unsere sechs, und ich glaube, never change a winning team, und das wird wahrscheinlich auch gegen Bochum der Fall sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass er Kramer rausnimmt und Stindl dafür setzt, oder Ngumu für Hofmann, Hofmann hat einfach gezeigt, was er drauf hat, oder Herrmann, ich glaube, wir werden wieder so spielen, ja, und mit der Mannschaft, sollten wir dann den ersten Auswärtssieg möglich machen, wäre auch extrem wichtig, nochmal, für die Tabelle, jetzt kommt nämlich meine Prognose, heute wird die Folge ein bisschen kürzer, es gibt nicht so viele News, aber die Tipps sind natürlich wichtig, ich glaube, dass Wolfsburg einen Punkt gegen Dortmund holt, Bayern, das wird ein 3-0, wir werden, das wird ein zehre erste Halbzeit, mit einem 0-0, aber ich glaube, am Ende setzt sich unsere Qualität durch, Plea, der erst ein Saisontor hat, wird eins machen, und ich sage auch, Markus Thuram wird auch wieder eins machen, und wir werden das Spiel 2-0 gewinnen, aber es wird ein zehre Kampf, ich glaube nicht, dass das ein klares Ding wird, Stuttgart gegen Hertha, Stuttgart hat mir gegen uns eigentlich ganz gut gefallen, da gehe ich mit einem 2-1, Köln wird verlieren gegen Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen ist ein bisschen zurückgekommen jetzt, gegen Union Berlin, und ja, Köln rutscht dann ein bisschen nach unten durch, Leipzig gegen Freiburg, da gehe ich mit einem 2-2, Union Berlin gegen Augsburg, da gehe ich mit einem 2-1 für Union, Frankfurt wird das Spiel gegen Hoffenheim gewinnen, an der Stelle auch nochmal, alles Gute an Griechow Prömmel, auch wenn du bei Hoffenheim spielst, das sah nicht gut aus, wohl ein schwerer Knochenbruch, ich wünsche dir nur alles Gute, gute Besserung an der Stelle, dass du schnell wieder fit bist, und Schalke wird sein, glaube ich, zweiten Sieg holen, zweiten Halbensieg, ich glaube, die haben schon gegen Bochum gewonnen, und ich glaube auch, dass sie gegen Mainz gewinnen werden, und das sind meine Tipps zum Wochenende, dann Julian Weigl sieht noch eine kleine WM-Chance, er wäre gern dabei, ich würde mir wünschen, er bleibt bei uns im Borussia-Park, bereit sich vor die Rückrunde vor, weil wir werden viele Nationalspiele haben, Jan Sommer wird wahrscheinlich abgestellt werden, Nico Elwedi wird gehen, Itakura wird bei der WM spielen, ich weiß gar nicht, Joe Skelly wird wahrscheinlich nominiert sein, ich weiß nicht, ist Algerien dabei, dann ist Ben Sibaini dabei, ob Cuné mitgeht, Thuram und Plea, ich glaube eher, dass am meisten Thuram noch mit zur WM fährt, Jonas Hofmann wird mitfahren, vielleicht Julian Weigl, da werden wir schon viele abstellen müssen, und Chris Kramer, die alte Legende, wird beim ZDF auch schlagen, ja, ich würde nichts zur WM machen, aber die Transfernews, und ich entwickle ein paar neue Formate, vielleicht machen wir mal ein Trikot-Ranking von Borussia, vielleicht analysieren wir mal genau die Saisons von Borussia im Detail, dann lasse ich mir was einfallen, damit ich euch weiter Freude bereite, zur WM, damit ihr nicht nur die WM in Katar sehen könnt, sondern ihr könnt natürlich auch dann mich sehen, Weigl hofft auf jeden Fall noch auf den Platz beim Hansi, und, ja, jetzt kommen wir mal zum Spieler, mit dem ihr nicht gerechnet habt, Michael Cressions, der Junge ist gescheitert, der Junge ist leider gescheitert, ist von uns wegen dem Geld nach Bayern gegangen, ja, da hat es nicht funktioniert, da hat er auch charakterlich wohl nicht überzeugen können, geht zu Venedig, steigen sang- und klanglos in die Serie B ab, ja, und die stehen jetzt auf dem 18. Platz, weil Venedig, da sieht man mal, dass Talent nicht immer alles ist, der Kopf muss auch mitmachen, und das hat bei dem Jungen leider versagt, das tut mir auch nicht leid, er hat sich selber zuzuschreiben, er hatte Top-Anlagen bei uns, er hätte wahrscheinlich auch ein richtig guter Kicker werden können bei uns, wenn er es gewollt hätte, an der Stelle, ja, tut mir nicht leid, Michael, das hast du dir selber versaut, und jetzt spielst du halt in der Serie B um den Abstieg in Italien, ja, und das soll es für heute gewesen sein, kurz und knackig, wie gesagt, ich bin ein bisschen müde, Spieltagsvorbereitung muss aber sein, gegen den VfL Bochum, ich hoffe, dass wir einen Sieg einfahren werden, und jetzt wünsche ich euch eine super Woche, ja, einen guten Start in die Woche, und wir hören uns, und sehen uns spätestens am Mittwoch wieder zur Spielanalyse, wie gesagt, wenn ihr noch bestellen wollt, heute letzte Chance, dann seid ihr Mittwoch, mit im Korb dabei, ansonsten natürlich auch am Wochenende wieder möglich, und jetzt macht's gut, ciao.